So, hallo, ich starte jetzt schon mal die Aufnahme. Es gab ein 10 GB Update. Ich weiß immer gar nicht, was das alles sein soll. Und es ist auch schon eine Weile her, dass wir aufgenommen haben. Deswegen starte ich auch jetzt mal, falls gleich am Anfang irgendwas kommt, was man einmal sehen kann oder so. Ach so. Ja, wie zum Beispiel Neuigkeiten. Okay, es gibt jetzt Aufträge, um Indiana Jones dann wahrscheinlich freizuschalten. Also das Outfit. Okay, können wir uns dann mal angucken, was man da so tun muss. Neue Waffe, wahrscheinlich... Ah, aufladbare Maschinenpistole. Den Abzug zum Aufladen gedrückt und lasst dann los, um zu feuern. Ah, okay, okay, okay. Und die Kampfmaschinenpistole ist dafür raus. Okay, das wird ausgetauscht, alles klar. Gute Vibes-Aufträge, Teil 4. Ja, es läuft immer weiter. Ich muss das noch Teil 3, glaube ich, machen. Und Battle Pass ist auch weitergegangen. Okay, so. Ne, nichts hinzufügen. Okay, ähm, ja. Wir gucken erstmal hier im Menü ein bisschen rum, was jetzt an Aufträgen und so weiter alles stattfinden sollte, muss und so. Ich hoffe, dass man, auch wenn man jetzt über wöchentliche, äh, nicht wöchentliche nicht, aber die, doch, es sind, glaube ich, die wöchentlichen Aufträge, wenn man die nicht sofort macht, dass man die nachtragen kann. Dass die nicht sozusagen dann aufgelöst werden oder sowas, das wäre ein bisschen ärgerlich. Aber wir gucken jetzt erstmal, was hier alles, okay, das sind erstmal Indianer Jones Aufträge. So. Dann, die Schnippsaufträge brauchen wir jetzt erstmal nicht. Gute Vibes sind wir, ach, wir sind erst in Teil 2 und es ist schon Teil 4 da. Yikes. Und Teil 5 kommt schon in 15 Stunden. Ja, okay, also da muss ich ein bisschen Gas geben. Allerdings, ich denke mal, dass das die ganze Zeit überläuft und man das halt jetzt nicht, ne, also, ja. Ah, was müssen wir da aktuell machen? Erhalte eine Bushranger Saat bei einer mysteriösen Blüte. Ah, da muss ich hier so eine Blüte, okay, ja, okay, da muss ich direkt zu so einer Blüte. Okay, also da muss ich hier in die Mitte, sonst alles andere geht nicht. Hallo, ich will nicht die Karte, ich will hier rüber. So, täglich ist erstmal nicht so wichtig, aber wir können mal gucken. Lebensmittelkisten, okay. Schilde von, okay, auf die Sprungschlöffpilze springen ist kein Thema. Und ist eine Frucht oder ein Stück Gemüse zweimal, okay, okay. Drei Lebensmittelkisten, totaler Standard. Läuft automatisch durch. So, wöchentlich. Genau, das sind die Woche vier Aufträge. Und das sind schon die Woche fünf Aufträge, okay. Und die Woche sechs Aufträge in zwei Tagen. Was haben wir denn alles? Lasst mich mal überblicken. Bei abgestürzten IO-Luftschiffen, okay. Also da Kisten durchsuchen. Kriegen wir hin. Muss ich halt nur gezielt hingehen, so. Gegnern während einer Fahrt in einem Fahrzeug Schaden zu fügen, kriege ich auch hin. Okay. 500 Meter im Windkanal, ja, also einfach rein und warten, bis halt die 500 Meter durch sind. Okay, hier oder hier eine Realitätssaat kann pflanzen. Okay, dafür muss ich erstmal wieder eins bekommen und dann dort pflanzen. Okay, alles klar. Gut. Stoße Purzelbäume mit einem Sägeblattwerfer um. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Aber ich kriege auch hier keine Location. Also scheint es überall zu gehen, so gefühlt. Stoße Purzelbäume mit einem Sägeblattwerfer. Was ist ein Sägeblattwerfer? Okay, egal. Werden wir noch feststellen vielleicht. Zerstöre Gebäude mit einem E-11-Blaster-Gewehr. Okay, jetzt haben sich hier Dinge getan. Oh, guck mal, hier ist ein neues Gebiet aufgetaucht schon wieder. Okay. Das hier oben ist das eigentlich auch. Das ist auch wieder zu. Da muss ich auch nochmal neu hin. Okay, das ist auch wieder zu. Aber ansonsten ist nichts. Ansonsten ist alles noch offen, ne? Also das da und da oben. Okay. Gut. Keine Ahnung, was eine E-11-Blaster-Gewehr ist, aber scheinbar gibt es die hier irgendwo. Wir werden sehen. Zieh dich innerhalb von drei Sekunden nach dem Rutschen an einem Vorsprung hoch. Ja, okay. Das ist kein Thema. Das kann man relativ schnell machen. Gut. Das waren Woche 4 Aufträge. Das wird alles dauern, bis wir das haben. Aber ich will jetzt halt erstmal zusammenfassen, dass wir auch wissen, was zu tun ist. Okay. Einfach besuchen. Irgendwann einmal da hinkommen. Achso, alle drei muss ich besuchen. Okay. Ich muss bei allen dreien einmal sein. Shuffle Trines ist dann das Neue hier. Okay. Gegnern im Umkreis von 10 Metern mit aufladbaren Maschinenpistolen Schaden zufügen. Okay. Also muss ich die finden und halt dann wieder mit nutzen. Aber im Umkreis von 10 Metern, also muss ich sehr nah sein. Gegnern innerhalb von 30 Sekunden Schaden zu, nachdem du eine Taschenfestung platziert. What? Mit der Taschenfestung kannst du stets Deckung im Inventar herumtragen. Okay. Das ist irgendwas Neues. Gegnern von oben Schaden mit DMRs. Was heißt von oben? Aber ja, wahrscheinlich runterschießen. Okay. Ja, keine Ahnung. Im Verlauf eines Matches eine Taschenfestung und einen Sägeblattwerfer. Scheint es hier zu gehen. Aha. Da, wo es... Da, wo... Okay. Deswegen ist wahrscheinlich das Gebiet neu. Weil da neue Sachen aufgetaucht sind. Okay. Eine Taschenfestung und einen Sägeblattwerfer. Hm. Alles klar. Also ihr seht, das hat sich schon mal wieder einiges getan auf der Map. Ringe in der Luft nahe Reality Falls einsammeln. Also hier sind jetzt Ringe aufgetaucht. Okay. Und zerstöre Riesenpilze. Okay, das ist hier und da brauche ich den Sägeblattwerfer. Okay, was ist denn... Es ist ja wild. Alles hier wilde Sachen. So, was muss ich für Indiana Jones denn jetzt alles noch machen? Ei, 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 ei. Ähm. Und vor allem, wie lange hat man dafür Zeit? Steht nicht da, ne? Also es gibt hier keinen. Ich hoffe, es geht eine Weile. Schwinge dich mit einem Greifhandschuh von Bäumen. Okay, das ist wieder... Ja. Haben wir schon drei Millionen Mal gemacht. Muss ich nochmal machen. Sammle im Verlauf eines Matches das Durr Burger überlegt in der Tempelanlage und der Ruine ein. Okay, muss ich finden. Füge gegen einen Schaden zu werden, wenn du in einem Fahrzeug bist oder auf ihm stehst. Okay. Durchsuche Truhen bei Shifty Shanks. Fünf Stück. Okay. Boah, ey. Ist so viel. Ich kann mir das niemals alles merken. Und dann, wenn man hier das alles gemacht hat, gehen die Aufträge weiter. Eieieiei. Okay, also ja. Wir gehen einfach mal in eine Runde rein und gucken mal, was wir alles so auf Anhieb mitnehmen können. Let's go. Wie pausiere ich denn jetzt überhaupt? Ich hab's vergessen. Scheiße. Was war die Taste, um zu pausieren? Äh. M war die Karte. War das Plus? Ich drücke mal Plus und wir gucken, was passiert. Äh, es war Plus. Aber der Ton ist weg. Hä? Habe ich irgendwie das Spiel gemutet? Äh. Äh, habe ich... Hallo? Ton? Ton? Hallo? Hä? Lol. Hä, wie habe ich den Ton denn weggema... Oh, ähm, wo bin ich denn jetzt? Okay, dann können wir gleich die Karte hier aufdecken. Wenn wir jetzt gerade hier sind, dann können wir gleich die Karte hier auf... Wieso war denn der Ton jetzt weg? Was war denn da los? Das war ja wild. So, okay. Ähm, wir müssen also finden... Oh, da können wir gleich mit einer Person quatschen. Ich glaube, das habe ich hier auch noch nicht gemacht. Problem ist mir... Hier sind noch andere jetzt unterwegs, ne? Ist das so ein Sägeblattwerfer? Ei. Quatsch ich doch gleich mal mit dir. Ei, äh, raus hier. Zurück. Okay. Ist das wieder so ein Hai, der hier abgeht, oder was? Gut, viel Quatsch haben wir jedenfalls. Da ist so ein Sägeblattwerfer. Okay, jetzt brauche ich noch so ein Taschending. Wo ist der Typ? Wieso treffe ich denn nicht? Oh Gott, bin ich schlecht. Oh Gott, war ich gerade richtig schlecht. Hilfe. Okay. Aber ist passiert. Ist passiert. So. Äh, das können wir ersetzen. So. Den Kollegen kann man mal zu uns nehmen gerade. Okay. Ähm, gut. Die Gebäude, die ich mit dem Sägeblattding zerstören soll, sind aber nicht zufällig hier, na? Wo waren das? War das hier dabei? So, das Blastergewehr. Scheiße, wo waren das mit dem Säge... Riesenpilze sollte ich mit Sägeblattwerfer zerstören. War sonst irgendwas mit dem Sägeblattwerfer? Ach, Purzelbäume, okay. Mal gucken, ob wir irgend so was in der Zeit jetzt hier finden. Aber ich würde gerne dieses Haus... Oh, Lebensmittelkiste. Oh, da haben wir gleich eine Frucht zum Essen. Sehr gut. Zählt das? Ja! Dann haben wir das nämlich schon. Oh, jetzt zählt auch... Ah, die zählt nur einmal. Okay, verstehe. Schade. Ärgerlich. Okay, dann gehen wir hier mal... Wo muss ich eigentlich hin? Äh, Karte? Okay, da rüber. Hier wäre ja auch noch irgendwas gewesen. Äh... Was ist das? Noch ein Säge... Okay, kann ich die stacken? Kriege ich dann mehr? Ne, es sind immer nur zwölf. Okay. Was sind Purzelbäume? Weil das Ding macht Geräusche, das gefällt mir nicht. Ich will nicht, dass das Geräusche macht. Stoße Purzelbäume um, hieß es. Aber wo sind Purzelbäume? Und was sind Purzelbäume? Man weiß es nicht so genau. Okay, aber ich denke, ich kann hier mal gefahrlos rüber. Ach, was wir mal schnell machen können. Komm, das machen wir mal schnell. Ähm... Nach dem Rutschen sich an... Äh, wie ging Rutschen? Wait, wie ging Rutschen? Bin ich doof? Ach so, ja, ja. Nach dem Rutschen sich hochhängeln. Das kann man mal schnell machen. Dreimal. So, Nummer zwei. Und Nummer drei. Easy. Haben wir doch schon mal was weg. Okay. Wo sollte ich jetzt... Ach nee, das war was anderes. Das war irgendwas anderes. Yo, ist in Ordnung. Ciao. Keine Lust jetzt auf euch. Echt nicht. Kommt jetzt hinterher? Oder sind die... Okay, die sind... Lass mir meine Ruhe. Sehr schön. Was ist das für ein Symbol? Oh! Oh, der Sturm... Was? Der Sturm ist schon da? Okay. Scheiße. Hä? Habe ich überhaupt nicht auf die Zeit... Okay. Jetzt brauche ich euch, Freunde. Und Abflug. Oh je. Das ist gar nicht gut. Oh boy. Das ist gar nicht, gar nicht gut. Ich bin zu langsam. Scheiße. So, aber dann fresse ich kurz den Kohl. Dann habe ich die Mission auch erfüllt. Kann ich mich auch heilen, während ich auf dem Ding... Okay. Ich kann die kleine Heilung... Kann ich durchführen. Okay. Let's go. Dann heilen wir uns konstant, während wir laufen. Das ist doch auch nicht schlecht. So kann man das auch machen. Ja, dann haben wir es nämlich gleich eingeholt. Oh, ich habe gar nicht auf die Dings geachtet. Dass das jetzt schon so weit war. Hupala. Das war jetzt nicht meine beste Leistung, muss ich gestehen. Oh mein Gott, wie weit ist das denn noch? Der Hund ist gleich durch. Aber hier ist irgendwo ein Auto mal gewesen. Ja, scheiße. Die Betonung liegt auf gewesen. Was ist hier? Ah, okay. Okay, die Zone ist hier. Die Zone geht hier zu. Oi, 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 oi. Oh, das war nicht gesund. Oh, das war gar nicht gesund. Okay. Oh, was ist das denn? Aha. Oh, ähm. Oh, das war nicht meine beste Idee. Aber jetzt kommt der Typ, ne? Macht es ihm aber auch. Macht die Feuerwehrwärtspersonen dem auch schaden. Und wenn ja, wie viel? Wo ist der denn? Habe ich ja alles angezündet, war ich das? Ups. Und wo kommt der? Und wo wird der gleich kommen? Oh, das war nicht so gut. Loll. Okay. Geht schon weiter? Auge des Sturms wird kleiner? Ach, komm schon. Ain't no time for that. Oh, wisst ihr, was wir machen? Wir machen das jetzt mit nem Riss. Erstmal ein bisschen Schild noch. Okay, geht grad nicht. Rucksack voll. Ja, okay, dann kein Schild. Tschüss. So, hab ich jetzt mal Purzelbäume? Kann ich hier irgendwo was mit dem Sägeding? Man weiß es nicht. Oha, hier ist ein Sturm. Oh, hier ist ne blaue Kiste. Cool. Gib mir. Gib mir Dinge. Oh, nice. Und wir sind hier genau richtig. Oh, hier ist irgendwas mit Indiana Jones. Hier ist irgendein Indiana Jones Ding. Hier ist irgendein Indiana Jones Ding. Hier ist irgendwas zum Sammeln. Was bist du? Was kannst du? Ne, du bist... Ah! Das ist für die andere Mission, glaube ich. Das ist... Würdest du unseren tapferen Freiwilligen zum unheimlichen Nullpunkt Energie ausstrahlenden Baum bringen? Nice. Ach ja, das muss ich zu dem Baum jetzt genau. Zu dem irgendwo, ne? Da muss das jetzt... Scheiße. Wo? Wo? Wer hat da geschossen? Und von wo? Nice. Zählt das jetzt als von oben mit der DMR jemanden angeschossen? Ja! Nice! Das war genau das, was wir auch machen wollten. Und sollten. Sehr schön. Okay, so. Mittlerweile ist das Ding hier auch angekommen. Gut. Noch eine Kiste. Perfekt. Genau, dich brauche ich. Okay. So. Okay, von hier oben könnte ich eigentlich sogar ziemlich nice... Leute abschießen. Problem ist nur, ich muss weiter in 40 Sekunden. Aber falls ich irgendjemanden von hier oben erwische, wäre das nicht so schlecht. Aber hier wird jetzt nicht zufällig noch jemand sein. Ich meine, es sind auch nur noch 13 Leute. So. Aber ich weiß nicht, was Purzelbäume sein sollen. Purzelbäume. Wahrscheinlich gibt es die in dem Gebiet. Die sind wahrscheinlich wieder in irgendeinem speziellen Gebiet oder keine Ahnung. Ja, jetzt wird es wieder kleiner. Ja, ich muss da rüber. Ich muss in die Richtung. Okay. 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 Was ist das? Das ist eine Taschenfestung. Dann haben wir die Mission jetzt auch erfüllt, dass wir die haben. Okay, und die kann ich setzen. Und nachdem ich die gesetzt habe, soll ich jemandem Schaden zufügen. Ja, mal gucken, ob ich das jetzt auf die Schnelle hinkriege. Vielleicht kann ich das ja dann gleich machen. Ich weiß leider nicht, wie die funktionieren. Das ist das Problem. Ich weiß leider nicht, wie die funktionieren. Aber wir werden es gleich rausfinden. So, ich bin in der Zone. Acht Leute sind noch übrig. Hopp. Die Zone ist nicht sonderlich groß, also muss man kurz nur umsortieren. Dass ich da noch gut angreifen kann, sollte was passieren. Wo wird denn da geschossen? Hier nicht. Aber da drüben auch nicht. Aber da müssen wir hin gleich. Puh. Wieso liegt hier einfach so so eine Waffe rum? Ich denke, dass mit der Säge kann ich jetzt erstmal knicken. Wir machen lieber... Wir spielen lieber was... Wir spielen lieber vernünftig. Sheesh. Dann gehen wir doch schon mal hier hoch. Weil hier bin ich dann in der Zone. Hier bin ich in der Zone. Sehe ich irgendwo jemanden zu? Ja. Da unten ist einer. Der ist jetzt hinter dem Ding da irgendwo. Glaube ich. Den gerade noch gesehen. Lebensmittelkiste. Lebensmittelkiste. Nice. Just what I needed. So. Wenn ich wüsste, wie diese Taschenfestung genau funktioniert, na? Zone wird kleiner. Fünf Spieler noch. Könnt mal hier hochgehen. Die müssen doch jetzt hier auch in dem Gebiet sein. Jetzt hier noch höher eigentlich. So, wenn man springt. Okay. Das ist ja grundsätzlich erstmal keine schlechte Idee. Yo. Wird immer kleiner. Wo sind denn die alle? Kann doch nicht sein, dass ich keinen sehe. Glühwürmchen. Das haben wir jetzt nicht... Da unten. Uh, der war ordentlich. Der hier reingetroffen gerade. Sehe ich die da drüben noch? Nee. Doch. Oh, auch noch getroffen. Oh, wenn ich mit der DRM jetzt noch ein paar Finte treffe. Das wäre sick. Oh, nee. Mist. Schlecht. Ähm. Kann ich da unbeschadet? Ih, Hilfe. Ah, das hat jetzt ein bisschen wehgetan. Drei Spieler noch. Scheiße. Das war jetzt nicht so gut. Mist, das hat ordentlich wehgetan. Fuck. Okay. Zwei. Das ist die Taschen... Oha. Das ist ja wirklich eine komplette Feste. Oha. Deswegen hat der auch eine. Ich verstehe. Scheiße. Wir haben beide eine. Und nachdem man eine gesetzt hat, muss man einen Schaden machen. Ja, okay. Jetzt verstehe ich das. Wie das gedacht war. Nein, ich trottel. Wie kann ich denn so hart verfehlen? Was tut er? Ja, komm. Nochmal her. Weil mir zündet sich einfach selbst an. Können die kaputt gehen? Wieso schießt er nicht hoch zu mir? Ich bin doch relativ offen. Fuck. Fuck. Okay, verstanden. Ja. I see, I see. Hat er verdient gewonnen. Oder sie. Weiß ich nicht. Nein, nur auf zu tanzen. Okay. Taschenfestung kapiert. So. Tägliche Aufträge mitgenommen. Gut. Ja, da ist einiges passiert. Sehr schön. Okay. Dann würde ich eine Runde noch machen. Eine Runde würde ich noch machen. Es ist eine komplette Festung. Das macht natürlich die Sache wieder ein bisschen schwieriger jetzt. Okay. Ist ja gut jetzt mit deinem Getanze. War ja eine Güte. Alles klar. Ja, Remix Doa war das. Okay. Aber war eine schöne Runde. Wir haben ordentlich EP mitgenommen. Wir hatten, glaube ich, auch einen Levelaufstieg dabei. Ja, ja, ja. Gut. Ich pausiere jetzt nicht. Weil wir gleich, während wir warten, uns jetzt nochmal die Aufträge durchschauen. Was jetzt alles... Okay, diesmal ist der Ton auch wieder da. Ich weiß nicht, warum der Ton vorhin einfach komplett weg war. Das war ganz wild. So. Ähm, nee, hier will ich nicht rein. Nee, hier will ich auch nicht rein. Hier will ich rein. Also. Wir müssen das Gebiet hier aufdecken. Das können wir gleich machen. Wir fliegen hier genau drüber. Da können wir das Gebiet mit aufdecken. Ah, ich muss... Okay, also man muss immer erst hier den Samen holen. Und dann muss man den Samen, glaube ich, zu einem... Zu dem Baum bringen. Oder irgendwie so ist das gedacht. So ganz habe ich es noch nicht kapiert. Also dieses gute Weibs Ding. Erhalte eine Bushranger-Saat. Und dann Phase 3. Die zu dem Ding bringen. Die muss man gleichzeitig machen. Okay. Ja, gut. Ähm. Wöchentlich hätten wir noch Truhen zu durchsuchen. Das könnten wir eigentlich hier machen. Das könnten wir hier mitnehmen. Das wäre eine Idee. Und dieses Purzelbäume weiß ich nicht, wo das sein soll. Also keine Ahnung. Okay, es geht gleich los. Ich habe mich vorhin nicht beim Busfahrer bedankt. Habe ich ganz vergessen. Gehen wir erst die Truhen öffnen? Oder erst das Gebiet auf? Ne, wir machen erst das Gebiet auf, würde ich sagen. Wir machen erst das Gebiet auf. Wo ist das ungefähr? Da drüben, na? Ja. Das ist genau hier. Das sind genau die Ruinen da unten. Das ist das. Okay. Die sind neu jetzt. Alles klar. Ah, da ist auch wieder so ein größerer... Lila-Baum-Piech. Ja, hier hat sich wieder mehr von dem... Ja, hier hat sich mehr von dem... Ja, wie auch immer man das nennt. Realitäts-Baum-Wurzel-Zeug gebildet. Okay, mir geht es jetzt erstmal nur ums Aufdecken. Wenn ich hier lande, müsste ich automatisch aufdecken. Perfekt. So. Dann haben wir das nämlich schon mal. Trinken wir gleich einen Schluck. Ist hier jemand mit mir gelandet oder haben wir hier Ruhe? Aber hier ist auch dann so ein Baum. Das heißt, dann müsste ich doch dieses Saatkorn auch hier hinbringen können. Das wären doch jetzt dann immer mehr Objekte, wo ich das hinbringen kann. Sehe ich das richtig? Müsste das richtig sein. Scheiße. Will ich mich bemerkbar machen? Loll, die Musik gerade, ne? Okay, das war schlecht. Haha, fuck. Ah, das war richtig schlecht. Ah, das war richtig schlecht. Okay. Ja, wir haben die Map aufgedeckt. Hurra. Ah, okay. Ja, das war kacke. Ich pausiere, wir sehen uns gleich wieder. So. Dann lasst uns hier nochmal kurz durchgucken. Ich hab irgendwas Indiana Jones mäßig gemacht, aber das ist noch gar nicht hier. Also das kommt hier gar nicht vor. Das gehört wahrscheinlich da unten hin oder so. Keine Ahnung. Ähm, aber irgendwas hab ich Indiana Jones mäßig vorhin gemacht, aber es wird hier nicht angezeigt. Also weiß ich nicht, was das war. Ähm. Da muss ich zu dieser Ruhe. Ah, das hätten wir vorhin mitnehmen können. Scheiße. Das hätten wir vorhin mitnehmen können. Das Problem ist halt, dass ich mir nicht merken kann, wo das ganze Zeug ist. So, das ist das Problem. Okay. Okay, so. Wenn wir jetzt schon hier sind. Wenn wir jetzt schon hier sind, gehen wir einmal fix in den Windkanal. Dann haben wir das auch weg. Wir gehen einmal fix in den Windkanal. Ähm. Windkanal. Da ist Windkanal. Wie viel musste man 500 Meter, ne? So, dann holen wir uns hier kurz an der Kiste was. Und gehen dann, wie gesagt, in den Kanal. Das sollte von hier aus gut funktionieren. Und, hopp. Okay. 500 Meter muss ich reisen. Kann ich von hier aus schießen? Ne, ich kann von hier aus gar nichts machen. Okay. Ja, wir haben schon 138. Okay, das geht ganz schnell. Ganz, ganz schnell geht das. 353. 407. Und das war's. Dann einmal raus da. So, dann können wir hier bei der Tankstelle nämlich gleich... Ne, ist gar keine Tankstelle. Aber es ist irgendwas. Irgendwas, wo ich Sachen bekommen kann. Auf jeden Fall insofern. Ach doch, ist eine Tankstelle. Guck mal, Besuche Tankstellen stand da oben. Auch gut. Ja, hier kann man uns schön... Schild holen. Prima. Große Tankstelle. So, Reifen brauchen wir nicht. Den ganzen Quatsch da. Da brauchen wir alles nicht. Da drin ist wahrscheinlich eine. Ja. Oh, perfekt. Dann ersetzen wir das mal hier mit. So. Sehr schön. Wo ist die andere? Muss noch mehr sein. Da oben, oder was? Hallo, wie komme ich denn da rein? Hallo? Ja, ich würde ja gerne reinquatschen. Ich kann nicht reinquatschen. So, Lebensmittelkisten auch erledigt. Den Pilz können wir gleich mal nehmen. Macht mehr Schild. So, zonentechnisch sind wir gut. Wie komme ich jetzt an die andere Kiste? Bin ich doof? Ach, hier ist ein... Ach, ich bin doof. Erstens ist hier eine. So, und zwei... Können wir mal... So rum. Okay. Schon mal nur grüne Waffen. Und dann wahrscheinlich hier durch. Wie komme ich an die andere? Tut mir das weh? Nein, okay. Ich kann es aber auch nicht kaputt machen. Ah, hier ist eine. Oh, sehr gut. Oh, sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Wichtig. Wichtig. Aber es setze ich jetzt nicht gleich ein. Ach so, jetzt habe ich den schon. Hm. Hm, nee, dann brauche ich das jetzt doch nicht. Oder ist noch eine? Wo denn? Auf dem Dach oder was? Doch auf dem Dach? Doch auf dem Dach? Nee. Okay, keine Ahnung. Ist ja auch egal. Wird schon keine blaue Kiste sein. So. Ähm. Aber mich wurmt es, dass ich die höre und nicht lokalisieren kann. Also, das gibt es doch nicht. Guck mal, hier ist die ganz laut. Ist die außen? Ach. Ist das dieses Ding? Weil das macht man ja auch so Geräusche. Na, wurscht. Okay, so. Wir müssen mit einem Auto auch, also mit einem Fahrzeug auch Schaden machen. Na, da war doch so eine Mission. Vielleicht kriege ich es jetzt ja hin, ein paar Leute zu finden. Die ich umfahren kann. Nein, Schnauze. Wo sind denn mal Leute? Oder geht es auch um, geht es, also würde das auch mit Tieren funktionieren? Du bist, muss man kurz herhalten, um für den Test. Gibt es irgendwelche? Nee, gibt nix. Schade. Muss ich schon Gegner umfahren. Hm. Ja, werde ich so schnell keine finden, zufällig. Dann machen wir lieber weiter. Missionskram. Was müsste ich da als nächstes so machen? Was gäbe es denn zu erledigen? Also, ist hier irgendwas in der Nähe, was ich machen kann? Mit dem nicht. Okay, ich könnte Greifhaken mir holen und ein bisschen mich von Baum zu Baum schwingen. Das ist das mit dem Fahrzeugschaden zufügen. Oh, Truhen durchsuchen. Dann durchsuchen wir an der Stelle mal ganz schnell Truhen. Das kann man auf jeden Fall machen. Oh, es ist plötzlich nur wieder Nacht geworden. Wo ist der blaue Strahl? Da drüben ist der blaue Strahl. Wow. Ich bin ein guter Fahrer. So. 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 Okay. Ähm. Ach, da unten ist Schiff, die Schacht. Na ja, okay. Alles klar. Da soll ich jetzt Truhen durchsuchen. Okay. Oh, hier ist so eine Maske. Sehr gut. Wichtig und richtig. Truhe Nummer eins. Oh, Fock. Oh, Fock. Wo ist der Typ? Toll. Okay. Das hat ja gut funktioniert. Oh, und das war aufladbare Maschinenpistole im Umkreis von Dingsmetern. Nice. Dann nehmen wir das doch gleich mit. Finde ich gut. Habe ich gar nichts dagegen. So. Das heißt, mit der muss ich weiter kämpfen. Dann bekomme ich die Mission. Okay. Nice. Sehr nice. Habe ich die Mission? Nee, 353 Schaden habe ich jetzt mit der gemacht. Okay. Da ist noch Luft nach oben. Oh, mehr Maske. Sehr gut. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Aber ich muss Truhen finden. Aber ich muss Truhen finden. Ich muss mehr Truhen finden. Hier wäre jemand zum Quatschen. Haben wir die Person schon? Ich glaube, das ist die... Mit der haben wir, glaube ich, schon gequatscht. Ja, ja, das ist diese... Die haben wir schon drei Millionen Mal angequatscht. Aber ich fürchte, die Truhen hier wurden schon alle... Alle auseinandergenommen. Ich höre auch nichts. Dies, die... Ja, dies, dies offen. Scheiße. Ja, ich glaube, die Truhen hier sind alle schon offen. Na gut, kann man nichts machen. Dann wäre die Frage, jetzt finden wir noch ein paar Gegner, die ich mit dieser Maschinenpistole erledigen kann. Wieso soll ich mich da... Wieso? Toll, und jetzt? Jetzt war ich da drin. Cool. Macht ja nur richtig Lärm. Ich höre was. Nice. Sehr schön. Was haben wir hier? Okay, das kann man mal austauschen. Ach nee, das haben wir schon. Ups. Nix gesagt. Lass mich in Ruhe. Kein Interesse an dir. Oh, das ist so ein Ding. Das ist eigentlich auch wichtig. Ah ja, ich habe gesagt, ich habe kein Interesse an dir. Ja, okay, dann... Dann reiten wir halt eine Runde. Okay, hier wird irgendwo geschossen. Ich merke gerade, ich glaube, dadurch, dass ich die Einstellungen zurückgestellt habe, hat es mir jetzt auch die visuelle Audio-Dings ausgemacht wieder. Das war doch eigentlich mal an. So. Jetzt müsste das wieder an sein. Oh, da kommt einer mit dem Auto. Das meinte... Das meinte ich. Das ist noch eine Kiste. Oh. Sehr gut. Und wir haben es mit dem... Im Umkreis von 10 Meter das Ding haben wir geschafft. Sehr schön. So, ich habe eine Kiste gehört. Wo ist die? Da drin. Ah, jetzt habe ich die nicht geöffnet, na? Scheiße. Jetzt gilt es nicht als geöffnet, weil ich sie kaputt gemacht habe. Ja gut. Was ist das da unten? Ach, der Testiergit drauf. Oha. Brutal. Okay, so. Dann brauche ich eigentlich die automatische Maschinenpistole nicht mehr dringend, aber die ist gut an sich. Also, die behalte ich. Die gefällt mir. Wenn man damit nah an den Gegner rangeht, macht man echt gut Schaden. Also, muss man einfach mal so sagen. Oh. Echt erwischt? Ist das ein Purzelbaum? Das könnte ein... Das ist bestimmt so ein Purzelbaum. Was kommt denn jetzt? Was war das denn für ein Geräusch? Na, aber das könnte sein, dass das dieses Ding ist, was man mit den Sägen kaputt... Also, dass man mit den Sägen solche Bäume hier abschneiden kann oder sowas. Das heißt, ist ein Purzelbaum, weil hier ein Rollen... Keine Ahnung. Ich rede Blödsinn. Ignoriert mich einfach. Oh, was ist denn da drüben passiert? Das Auto ist aber ganz wild abge... Yo! Ach, scheiße. Aber guck mal hier, die sind auch schon so angesägt, ne? Ich glaub, das sind Purzelbäume. Purzelbäume. Kann ich das irgendwie sehen? Ja, Safe Calls sind das, die Purzelbäume. Ziemlich sicher. Ziemlich... Okay, die kommen hier rüber. Shish. Tschüss. Nice, der hat einige lila Waffen. Greifhandschuh. Okay, wir könnten eigentlich jetzt zum Schwingen auch übergehen. Wir haben jetzt ja einiges gemacht, ne? Wir könnten jetzt eine Runde schwingen. Ranger-Sturmgewehr, das können wir ersetzen. Wir haben das Hammer-Sturmgewehr, so. Das können wir ersetzen, eine Runde. Okay, wo ist jetzt... Oh, scheiße! Wo? Fuck, ich hab den nicht gesehen. Scheiße, wo? Wo kam der her? Fuck, 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 fuck. Wo kam der her? Mist. Ich geh mal hier hinter. So. Wo kam der Schuss her? Verdammt. Ich hab das leider nicht gesehen. Okay, aber ich glaub, jetzt ist auch nicht die richtige... Nee, jetzt ist nicht die richtige... Nein, es ist nicht die richtige Zeit für... Nein, ich muss das nachladen. Ich trottel. Okay. Okay. So, wir wissen jetzt ein paar... ...Worte, wo die sind. Da drüben ist einer gelaufen. Das ist nachladen, immer mit dem Ding da. Scheiße. Muss bis da runter, dann bin ich safe. Also so safe man hier unten sein kann. Versteht sich von selbst. Noch so ein Ding. Oh, das nehm ich sogar mit. Okay. Wo kam das her? Da. Da. Da ist einer. Nice. Das hat gescheppert. Sehr schön. Sehr schön. Vier noch. Da läuft einer. Ah, dieses Nachladen erst. Dachte, da lief einer, aber scheinbar doch nicht. Scheiße. Das Ding ist, ich bin hier im richtigen Gebiet, also... Wo kommen die Schüsse her? Irgendwo da. Es wird noch kleiner. Die müssen jetzt herkommen. Die müssen jetzt auf irgendeine Art und Weise herkommen. Da liegt so viel Gold. Aber da gehe ich jetzt nicht hin. Drei noch. Irgendwo von da müssen die kommen. Okay. Was war das? Da. Oh, ich bin so schlecht. Oh, es war so schlecht. Oh mein Gott. Ich hab den echt gekriegt. Oh, der hat eine DMR. Die tausche ich aus. Die ist richtig geil. Nein, so knapp. Oh. Ich hatte eine goldene DMR, wenn ich die besser hätte einsetzen können. Scheiße. Der kam mir zu schnell. Okay, aber cool. Cool, cool, cool. Coole Runde. Okay. So. Wir sind auch schon wieder fast bei der Stunde. Ich wollte gar nicht so lange aufnehmen, wie immer. Danke fürs Zuschauen. Und ja. Tschüss. Wir warten noch kurz ab, bis hier alles aufgezählt ist, was ich gemacht habe. Und dann passt die Geschichte. Okay. Vielen Dank. Vielen Dank.